Musik Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray Halt die Schnauze Und heute spiele ich mit Keine Ahnung, wer das weiß nicht, ich kenne die nicht Das sind eigentlich alles Kacklappens Mit Janik und Oskar natürlich Ich häng fast, ich häng fast Och Mann Ich häng hier schon wieder Schon wieder diese verbackte Scheiße Ah, jetzt geht's Hallo, erst einmal Ja, ja, hier, das sind die zwei mit dabei Und heute spielen wir die Custom Zombie Karte Team G Amory Also allein habe ich hier schon Bis zu über 20 Minuten geschafft Aber Aber mit euch zwei wird es glaube ich ja Nix Ja, irgendwas hat mich da festgehalten Keine Ahnung Ähm, lass mich mal bitte 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 Oh Ja, hab schon beschützt, keine Angst Ich hab 50.000 Zombies von dir abgehalten Und was ich an der Karte geil finde Äh, Senn, Achtung Zeig ich dir gleich mal Das hier Hä? Ist das doch Insta? Ich häng hier mal fest Ja, weil er aus dem Boden spawnt Ich rette ihn einfach scheiß drauf Äh, das Wiederbelebnis hier auf der Map Äh, nicht so eine tolle Idee Ja, ist es wirklich nicht, aber Außer man hat den ersten Flur auf einer Geze Dürfen wir nicht so kreuz und quer rennen, ne? Ich lieb die Granaten auf der Karte Hier Ficken Okay Okay, hier ist grad keiner bei mir Das schafft Äh, schaffst du Janik Schaffst du, schaffst du, schaffst du Ich hab ihn noch abgehalten Ein Zombie Dankeschön Oh, Insta Kill Insta, 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 Insta Ja, ist doch ja nicht schlimm Bislang man auch kein Jugger und so irgendwas hat Ja Ja Okay, Leute, ich hab gleich eine prima Taktik für uns Ja, was denn? Einer läuft hier unten die ganze Zeit im Kreis einfach Und, äh, zwei stehen oben Und machen einfach nix Nicht schießen, nix machen Einfach nur oben stehen Weil dann, wenn wir bei Minute 15, glaube ich, sind Haben wir dann alles offen Dann können wir uns auch die PPSA und alles holen Also stimmt die PPSA eigentlich schwer, oder? Ja, ja, ich hab's doch letztens alleine durchgespielt, ja Warte mal, mach mal Was bringt eigentlich die, ähm, Dings da? Die hier? Man muss alle vier Teleporter aktivieren Dass man, ähm Dass man, dass man, dass man, ähm Oben die Tür aufkauft, die letzte Dass sie aufgeht Achso Also das Rennen Jetzt mach mal so Zwei Stück sind oben, einer rennt unten Wer will unten rennen? Du? Wieso, ich? Ja Ich werde sterben Gut Ja, äh, Leute, machen das jetzt so Äh, keinen mehr töten jetzt Ab sofort Ja, lieber Nimm mal Okay, falls irgendwelche kommt Und töten wir sie Okay, dann, ähm Macht das so Dann Tue ich jetzt einfach nur noch Runden laufen Ja Ja, die wollen zu euch hoch Ihr müsst weiter weg Okay Also, weiter hinterher Ja, mein Skidamt von Unglückst Die wollen immer wieder hoch Ah, ich hab nochmal Instacill, ne? Danke Die spawnen bei uns Ja Ich hab keine Ammo Ich hab noch zwei Schätze Boah Die müssen sitzen Fuck Deswegen töten wir zu keiner Fuck Müssen ihn Die Tastik, Taktik wird nix Doch, man Sobald ihr die M1 gerannt habt Dann sei da Hier der Held Ich glaub, die ist grad sogar aufgegangen Ich weiß gar nicht Ja, die M1 gerannt Könnt ihr euch holen Habt ihr mir geholt Ja Ja gut, dann beschützt du mich Nein, die Wand Die Wand Ringray Was? Die Wand, die kennst du doch, oder? Die einfach mal zugeht Ja Also, sagen wir mal so Äh Die ist richtig scheiße Da war einfach so eine Wand So eine Warte Ähm, ihr macht so Ich komm jetzt hochgerannt Und in dem Moment, wo ich sag los Springst du runter Und tust ihn wieder beleben, okay? Hilfe Noch nicht, noch nicht, noch nicht Okay Okay, go, 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 go Tust ihn wieder beleben Ja Na los, warte Das ging grad nicht, Alter Okay, danke Okay, jetzt geht ihr zumal wieder hoch Kommt einfach hochgelaufen Ja, klar Ich werd sterben Ich werd sterben Ah ne, der zweite Flur ist offen Cool Wir haben grad noch Glück gehabt, ey Wir haben so Okay, äh Äh, äh Einer ist nicht unten Ich bin nicht unten Geh weg Ja, ich wollt echt noch weiter hochlaufen jetzt kurz Jo Wir haben's schon verkackt, ey Wir haben's schon verkackt Ja, was dann? Ist einer unten? Läuft kurz unten? Nein Nein Äh, 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 äh Ist doch du nicht Im Break Hol mal Teleporter an Wir können gleich noch einen anmachen Auf der anderen Seite, ne? Äh, und dann kann man die Tür öffnen oder nicht? Ne, ne, dann, äh, muss noch Krickle Ralf ist aufgegangen Doch, dann geht die auf, dann geht die auf Mach Teleporter Einfach über das Ding laufen und F drücken Mach Teleporter, Mann Wo denn? Diese eine da Die Platte da unten, genau, einfach F, genau Ja, okay, okay Nein, ich werd teleportiert Scheiße Ich sterbe Ja, ich konnte nichts machen Ich wurde da oben hin Teleportiert, Mann Teleporter Teleportiert ihn Dann kann ich ihn holen Super Ja, scheiß drauf Ja, da scheiß drauf Aber du kannst mal den Teleporter Einfach nur überleben Einfach nur überleben Mal bitte den Teleporter an Oh Mann, ey, nein Schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht Na Fuck, Mann Einfach nur Runden laufen Mach mal den Teleporter gleich Da kannst du die PPSH holen, ne Ja, bitte mach mal Genau, jetzt kannst du da hochlaufen Normalerweise Normal Doch, sag ich doch, sag ich doch Ich hab's schon allein durchgespielt, also Ich bin gerettet Ganz oben ist die PPSH Gerettet Ich bin gerettet, ey Jetzt mach nicht so viel Scheiße, hol's einfach Oh ja, ich hab sie Oh, Zombie Ah, tot Ah, ah, ah Achso, du bist schon wieder Ja, ich bin grad gespawnt Ich hab die PPSH Das ist, äh Das ist, ne Brauch ich nix mehr Ich muss kurz mal unfassert hochkommen Können wir kurz keine töten Ich kämpfe hier Ich kämpfe hier jetzt einfach Komm hoch Ich camp jetzt die ganze Zeit jetzt hier Falls das geht Ich werd sterben, wenn ich nach oben will Wenn dann mir ein Zombie nur entgegenkommt Ich versuch dir zu helfen Was macht ihr denn? Warum rennt ihr jetzt alle weg? Wenn die alle zu euch kommen, seid ihr tot Hä, wir haben die PPSH, man Ich nicht Wir können campen Ja, du nicht Na toll Können wir auch einfach Bescheid sagen Wenn ich ihn durch die Fresse renne Und alles einfach so mache Nein, ich stand direkt vor dir, man Mann, was tust du für'n Scheiß? Jetzt komm hoch, man Ich stand direkt vor ihm Ich bin bei Pick'n Punch Da einschießen, ich will ein paar Punkte für Pick'n Punchen Komm Ja, komm Ja, ich komm hoch Nee, da kommt man hundertprozentig wieder in den Gegend Was? Warum? Ich komm da nicht hoch Solange wird so ein bisschen entgegenkommen Oh, Musik Hörst du bitte mal auf abzuschießen, die Viecher Ja, aber nur die bei mir sind, okay? Ach komm, ich nehme das FD Newk und den ganzen Kaffee Ich hab 5000 eigentlich, ich könnte jetzt Banschen, aber naja Was ist so nötig wär Ich würde es mal kurz keinen, ich will hochlaufen, nämlich, okay? Ich hab Bock Hier, bitte Nein, ich bin runtergefallen Oh, ich bin so blöd, ey Ja, jetzt liegt's an mir Ja, und hier ist doch wieder hoch Bist du wieder drin? Ja? Nee, ehrlich Nein Noch 30 Sekunden Oh, scheiße Schaffst du das, Drang Ray? Nein LOL Versuch zwei Nein, wir müssen neu Okay Das ist jetzt unser Esser Nein, ist es nicht Scheiße Aber, wir haben uns in der ersten Runde eigentlich gut geschlagen Ja, geht's, diesmal rennt jemand anders drun, Mann Will nicht Ich bin die Pipi's an Du musst aber Ich muss ihn nicht Oder ruhig trink'n Schluck, solange Greg ist Wodka Wenn Break Die Sache läuft Das überlässt mal Chaga, Speedcola und alles frei ist im Hammer schon geschafft Warum hab ich 80 Punkte? Warum nicht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geiler, ja Pipi's da, Mann Zombies, Gaiens, kommen ja nicht genug auf der Map Ja, aber wenn Pipi's da ist, dann bin ich nicht mehr, dann gammel ich nur noch oben, weiß ich was schon Dann sag' ich au revoir Leg mich an mein, an meinem Arsch und, äh Okay, wir schütz' mich Ja, ja, mach Mach Okay, ich packe, ich packe, ich packe Okay Moni Oh, zu dritt ist sie aber einfach als zweiter, oder? Ja Vor allem, ich hab's ja alleine schon jetzt geschafft, dann schaffen wir's jetzt auch noch Auf jeden Fall zu dritt Alleine geht einfach, ja, ich weiß Ja, aber das mit Teleportern ist schwer dann eigentlich Ne, alleine, das ging's sogar, ich muss nur von ganz oben runterspringen Nein, oh nein, äh, scheiße, ich ba... Bei Insta-Kill sterben die nicht nach einem Messer? What the fuck? Doch, sterben sie Schaff's nicht, ich schaff's nicht Oh doch Solang der erste Flur nicht offen ist Ich hab geworfen, ich wirf die ganze Gründe Ja, ich hab einer zu der hintere geworfen, ich hab einer zu der hintere geworfen Okay Nein, ich geh Tschüss 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 Oh, jetzt sind wir beide oben Okay Jetzt warten wir bis 4.02 offen ist und dann passt das schon Wieso wird's bei mir, ist's bei dir auch so, wenn du dahintere, guck mal, guck mal zu mir Ja Ja Oskar Ja Wenn du hier guckst, wenn du hier nach vorne laufst, so wird's auf einmal zu dunkel bei dir, bei mir ist's wenn's so komisch dunkel Bei mir ist's dann hier dunkel Ey, Zombie, 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 schieß mal drauf Oh, da ist's von unten Ach da Also bei Pivisa gammeln wir, oder nicht? Ja, auf jeden Fall Oh, da ist ein Geschwirt Ey, weil hier ist's immer so dunkel, so komisch Bei mir nicht Hilfe Knall sie ab Boah Ah, sie hab grad ne Granate geworfen Da ist einer Puh Ah Oh, ich hab einfach grad nur geschossen, ich hab nix gesehen, ich hab einfach nur geschossen Glück ist die Waffe so stark Glück ist die Waffe so stark, ey Oh, ja Ja, spawnt einer Ah, schon tot Glaub ich punch mir dann die, ähm, Hushpapi Glaub, das wird witzig Notfalls können wir uns auch teleportieren hier, für 1,5 geht ja noch Boah, ich hab grad Habe ich viele Punkte bekommen für eine Granate, ey Endstack Killing Also richtig viele Punkte bekommen Ja komm, 2nd, 2nd Floor Was, die M1 kommt jetzt erst? Naja, warum denn? Ja, guck mal, wieviel haben wir Toll Cool Ja, du, ja, nix, sagt nix Ja, ne Doch, Alter, aber ich komm mir grad nicht klar mit den Granaten, die sind voll komisch, die explodieren direkt Ja, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, aha, gut Tanik nicht hier schon Wenn man eigentlich, eigentlich, ey, mal ganz sicher, ob du genau auf den Kopf stehst, dann passt das Also ich krieg dauernd Schaden, egal wo ich die Granate hinwerfe, Alter Ja, du musst dabei springen, wenn du in die Luft bist, bekommst du einen keinen Also, eigentlich nicht Da kommt einer, ha? Hey Messern Oh Die spawnen hier immer so komisch, das sind so komisch, oh Ich hab hier was Okay So ich mit dem 1 und 1, ja, ich wollte es nicht einfach Ja, 2nd Floor ist open, ich mach, ähm, links da, die Leise Zum Glück ist da runtergespielt Nein Ich werd sterben Insta, Insta Komm, nicht schafft ihr es jetzt Ich bin schon froh Ich werd, ich werd, oh, ich hab's geschafft Ja, ja, guck mal, hier die spawnen doch schon wieder Macht Main Train Main Train Ja, äh Hast du? Ja, jetzt, hab doch mal kurz Geduld Bam, hier, ich hilf dir so genug Ah, ah, der hängt, der lässt mich Ah, das ändert den Boden gespawnt Tötet die mal nicht, ne Tötet sie mal bitte nicht Ich, ich, ich schaff's auch gar nicht, ich kann das gern Swerving, look out Swerving